ja ich weiß nicht wie das da aussieht mit dem sterben hier ist eine intakte base genau fast neben euch mit turrets von den pioniers mit turrets drauf also ich bin genau gegenüberliegend also mehr richtung da hinten kommen wir zu euch das sind auch spieler drinnen macht das spaß wie auch auf dich zu wenn neben dir hinter dir ja dann zeigt mir die richtung an bitte ja hier auf einem felsvorsprung genau hier am rand wir haben schon ein boss tribut dabei ein weiteres wir haben nur noch keinen hohen wifern gefunden mehr deswegen haben wir lieber jetzt erstmal den drachen genommen dass wir zwei drachen haben so ein drachentribut haben wir auch aus der base rausgeholt aus einer also vor wie der den sie beim fußballspielen nicht wählen wenn ich hier immer noch auf petri rumliegen ja ich bin freiwillig auf petri hast du die jetzt wieder gefunden such grad hier ab wie kann man das verlieren ach natze ja die höhe wo genau bist du dir sicher dass es bei dem wasserfall war ja hier am berg ganz sicher ich hab's wieder echt ich bin genau näher ich bin genau hier genau hier hier ach da war ein tot das ist petri ich bin nicht im tank ich bin ja du kannst einfach nicht weglassen wir machen so gut wie gar keinen schaden also ich bin es hier im der base muss aber auch noch einer sein glaube ich ich hab noch millionen hier und die größten machen wieder zu den schaden ich bin mal ein Stück weiter weg solange die wände nicht mehr angezeigt werden aus wird sich jetzt so überflüssig in dieser mann ja bin hat ja noch gesagt er den towardsschaden erhöht also in der die tür ist auf jeden Fall offen ne doch nicht nur in der owa he sauber ebenfall keiner mehr drin dann mal kurz aufräumen da da ich hab mich einfach ums dach Warte, lass mich erst für die dann! Eiiiiss! Wie wir von meinen Filmen haben... 80 Tal! Das dauert noch viel zu lange, aber wir haben die zu lange weggekommen. Okay, thank. Du sprengst einfach unten die Stinger weg. Meinst du, sie sei einfach die Foundation oder was? Ah ne, das dauert es keine. Einfach nur 3 Schuss. Oh, 2 sind da unten. Strom ist auch da. Oh, hier ist wohl Höhenschaden, was? Ich geh rein. Wir müssen doch nicht gucken, was wir gekriegt haben. Woll ich auch rein? Ja. Ja. Was war denn das für ein Fail? Was war's denn? Scheiße! Ich hab mir gebraucht den Drachen im Tisch. Ah, ne! Sprengt jetzt ein anderer oder soll ich? Ja, ich kann ruhig drauf. Ich seh nur Zahlen. Ich auch. Bin drin. Ah, den denkt sich jetzt dazu. Diesmal nehmen wir das Metall aber nicht mehr. Dafür krieg ich keinen Bock mehr drauf. 2000 Metall gelootet. Das brauchen wir nicht mehr mehr. Ah, Moni! Ah, Implantate! 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 Da sind so viel Scheiße. So, wen hatten wir jetzt noch? Tick, ne? Weiß nicht wen. Keine Ahnung. Du musst es aber separieren. Du packst es nicht in den Drachen rein, ne? Doch, da sind aber andere Items noch dazwischen. Ja, das will ich hoffen. Ich schau mal. Müssen wir auch nochmal alle durchmachen. Ja, die müssten ja von, ähm, die sind ja am meisten ganz unten, oder nicht? Casey, was hast du denn für Pantoffeln an? Alpha Boots. Hab ich auch. Wir haben glaub ich nur Schuhe bisher, oder? Hab Panik. Lückliche Füße, oder? Mit Pantoffel-Crew. Was? Du hast doch grad nicht angeguckt. Hauptsache Schuhe mit, ähm, Weiß nicht, 1200 Haltbarkeit und so, aber im Kopf nur mal. Hm. Hat der denn jetzt mal euren Kram da zusammengezählt, oder? Ja, weiß nicht. Irgendwie frustrierend. Was? 70 Punkte. 75 Punkte. Kommt aber, weil uns bei ganz vielen Teams immer einer fehlt. Also das Implantat. Trick haben wir. Trick? Sehr schön, den haben wir noch nicht, wir hatten Truck. Wir haben wieder nichts bekommen. Nein, Beam ist Tick. Oh Gott. Naja, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ihr irgendwie am falschen PDF gesucht habt. Er hattet doch irgendwie zig dabei, die äh... Ne, wir haben das am Ende nochmal. Ne, die haben wir alle gebunden. Genau. Ne, wir haben die lose. Oh, leer. Ich glaube ich bin durch. Na, ich bin nochmal? Ja. Also hätten wir jetzt 73, 74 Punkten gerettet. Wir müssen jetzt nach Galil fliegen, dann haben wir da auch noch mal ein Team komplett, weil Chris haben wir jetzt durch einen anderen Kill. Jetzt würde ich da zur Base von Chris und so fliegen, oder? Ich hab hier auch noch. Das haben wir schon, das ist Patrick. Patrick, ja. Ja. Ich war schon durchgefahren. Nein. Trotzdem war mit. Nein. Wir fliegen mal nach oben, das haupt auch irgendwie richtig. Ja, wieder sind sie. Dass ich das Beam immer schaff von uns zu fliegen. Jetzt hab ich nur wieder Insta. Hast du die Base gefunden? Ja, die waren aber kaputt. Oh. Es sind sehr viele Dodorex jetzt zurzeit. Er hat glaube ich 5 oder 6 Stück gefunden. Wo sind die Gigas? Das ist so ein komisches Gefühl, wenn du eine Giga im Redwood so siehst, dann denkst du so, die arme Sau, die kann nichts dagegen machen. Bestimmt einfach, der kann nichts machen. Oh, das ist ein Titano, schnell töten. Das ist ein Team ausgeschieben. Also nachdem wir den einen Titano getötet haben letzte Session, ist meine Motivation auf jeden Fall wiedergekommen, bei dem... Oh, ich bin gegen was gegen geflogen. Oh, ich bin gegen den Pip, der geflogen ist, gestorben. Das war ein sehr schneller Kill vor allen Dingen. Wenn die Titano immer gekillt haben. Mhm. Ihr seid ja böse Offline-Killer. Wird zumindest erzählt. Ja, sind wir. Wer Offline geht, bevor die Session zu Ende ist, hat Selbstschuld. Ja. Ist nicht ganz falsch. Ist ein easy Titano-Kill, warum sollte man den nicht mitnehmen? Also wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir halt jemand anders gemacht, ne? Und vor allen Dingen hätten die eh keine Tiere mehr gehabt, weil deren ganzen Tiere... Wurden von milden Terror-Birds getötet. Weil die alle auf Fassi fahren. Von einem einzigen Terror-Bird. Die haben auch einen Dodorex. Die das doch jetzt nicht. Die haben einen Dodorex? Ja. Die sind aber grad runter gesprungen mit ihrem Giger. Die sind hier unten. Ich töte jetzt erstmal den Dodorex. Ja. Die sind hier mit ihrem Giger hier unten. Ja, passt du auf dir auf. Ich töte den Dodorex. Ja. Ich hab auch grad einen Kiger gekillt. Der Giger ist auf jeden Fall untergekaucht. Ja, ich hab den Spieler nur betäubt. Die sind 10 auf jeden Fall grad nicht. Abpaus kann das von mir nicht. Der Poisonpuff ist auf jeden Fall noch da. Der fliegt grad zu dir hoch. Ich hab ihn einmal getroffen. Bist du im Poisonpuff noch? Ja, ich versuch ihn grad zu kriegen. Aber ich töte jetzt erstmal den Dodorex weiter. Das ist, wenn man einen verfolgt. Dann Lack gibt und der dann weg ist. Der Poison-Drache ist so abnormal scheiße. Das gibt's gar nicht. Wie lange ich so auf so einen P-Drehung mache. Dodorex ist gleich tot. Ja. Hab ihn. Bad SP-Drehung. Nur Games. Aber nicht. Und ihn eben. Boah. Das war immer das Dämmel. Was ich von festpackt. A lag. Bin in Wasser gefallen. Irgend lag. Ich hab einen Typen gekillt. Aber das Parkett ist nicht weiter. Ich weiß es nicht. Aber mir leckt das Rad auch wie so. Ich komm nicht aus dem Wasser raus. Doch jetzt hat. Implantat. Er schwimmt auf jeden Fall weg von uns. Der Giga? Ja. Okay. Ich hole ihn mehr. Hier irgendwo. Hier genau unter mir. Er hat auch glaube ich keine Stamina mehr. Das ist immer ein. Hast du einen Spieler? Ich bringe erst den Spieler weg. Im Land oder so. Hab ihn. Im Games. Den haben wir schon. Ich loot ihn. Du machst ihn. 4 Billion. Ausgelöst. Ich hab der Charat. Oder irgendwas. Warte. Der Charat. Den haben wir auch schon. Der Charat und Patrick. Haben wir beide schon. Also der hat in seinem. Warte. Siehst du immer Flossen an dem Kopf? Ich hab keine Flossen. Okay. Dann komm trotzdem mal bitte her. Gelootet habe ich ihn schon. Soll er denn? Genau so. Im Wasser. Genau unter. Ähm. GG Spot. Soll er dann Titano looten? Äh. Giga looten? Mhm. Da werden die ganzen Implantate drin sein. Die haben hier auch noch ne Base stehen. Oder ist ne Steinbase die Geburtswacht? Naja. Das hab ich schon wieder geworzelt. Er ist tot. Christian Tabel. Ja. Gabelfigmer. Nicht sehr viel. Ich hab schon wieder so viel Staff. Ne Epic Fabricated Sniper. Ja. Da hab ich auch keine Falle. Ich hab mit Legendary. Ich hab noch ne äh epische auch noch hier. Back. Auch noch. Oh ich kann mich doch. Fackig runter. Schade. Was ist so noch wichtig. Munition technisch irgendwas. Ja. Autotrill Munition kannst du mitnehmen. Ja. Probier ich auch nicht. Probier ich auch nicht. Probier ich auch nicht. Aber kannst du einfach an die Autotrills fahren. Ja. Golden Street hatten sie noch 12 Stück. Die Affentrophäen nehm ich einfach mal mit. 12 Golden Street. 2. Achso. Achso. Ich muss entweder sie haben einen Blueprint für einen Flak Helm gehabt. Ne doch nicht. Ich hab beide noch Standard Flak Helm gehabt oder? Ja. Ich muss mich hier rausgraben. Ich fack in der Leiche. Ich flieg mal auf Tropical Nord. Ich muss mich hier rausgraben. Ich sterb sonst. Aber was hast du denn gemacht? Ich fack hier in der Leiche drin. Das letzte Mal. Oh nein. Flak Helm quescht. Schnell. Halt. Bleib. Danke. Watzel. Ja. Ich kann doch nichts dafür, dass ich deine Leiche festpack. Och Hund. Geh mir nicht auf den Sack. Was? Lower Pause? Oh. Hab ja noch viel Zeit. Das ist ja schön. Ich hab den muss ich doch erstmal wieder an 9. Ich hab für euch beide Flak Helm. Mit 250 und 260 Armour. Okay. Letzte Mal hatte Rebellion hier ganz hinten in der Ecke. Pietri. Ich hab ne Base gefunden. Ganz hinten in der Ecke. Oh. Was heißt ganz hinten in der Ecke? Über den GG-Spot hinaus oder was? Ja, ja. Genau. Alles offen. Scheiße. K-Kavallerie. Metall Base. Metall Base. Kade. Ah, dann flinke ich mal zu Tropical. Also Süd. Hey, die sind sogar noch da. Was? Die sind da? Hä? Wo ist denn jetzt das Implantat hin? Ich hab einen abgebaut und da ist aber nichts. Nee, du brauchst jetzt nicht rein. Nee, man kann mit E, mit dem Skullrad auch auf die Dings. Alter, du musst deinen Drachen mal entfordern. Ist er auf Follow oder? Nee, ist er tatsächlich nicht. Nehm ihn mal auf Follow. Ich flieg mal wieder zu No Mercy hin. Da hab ich nämlich mal mit dem Bring dich woanders hin. Hast du den nicht auf Follow? Ja. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Wir dürfen diese Drachen nicht auf neutral lassen. Wir hatten drei Implantate. Wir hatten drei Implantate und alle drei Implantate waren von Belloret. Ich schätze mal, die ganzen restlichen Basen sind jetzt alle in so Ritzen, die wir jetzt die ganze Zeit gefunden haben. Ja. So richtig schwer zu finden. Ich hab mir auch einen Affen gefunden, warum wir nicht, ne? Boah, ich hab eine Base Maturus gefunden. Echt wo? Ähm... A of the North. Das, ähm, Tropical... Na ne, von Tropical North. Ja, ich komm nicht. Also die konntest du echt nicht übersehen, weil die haben so viele weiße Flachen davor gesetzt vor ihrer Base. Ja, was ist da? Ja, was ist da? Ja, aber als erstes die weiße Flachen gesehen? Ich musste mal, flieg mal drum rum. Ich glaub, die hab ich auch gesehen, die war schon gelootet. Turils haben noch geschossen. Ja, bei mir auch. Replicator steht noch drinnen, Generator. Okay. Crap, da sieht sich was drinnen, ey. Ist da ein Loch drinnen? Ich schau mal von der anderen Seite, aber es sieht nicht so aus, als ob da ein Loch drin wär. Jetzt hab ich immer Angst, wenn ich hier irgendwo hinflieg, dass ich doch sterbe. Ne, ist auf jeden Fall kein Loch drinnen. Ist so ein halb Stein, halb Metall Base. Da wo die Turrets stehen, ist alles auf Stein, glaub ich. Ob ich jetzt richtig gesehen hab. Okay, dann können wir so... Raiden gehen. Hier ist auch ein Prime Alpha Dodo, also kriegen wir noch Black Purse dazu. Das Geschenk. Darfst du wieder eine Wife haben? Oder? Bist du eine Wife haben? Ne, du bist ein... Fax. Ne, du bist ein Dodo. Na komm, ich hab nur diese Farbe durch die Bäume gesehen. Ach, was war das letztens, ey. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber der war großartig. Den Eischeune, oder was meinst du? Letztes Season irgendwie. Hast du schon die neue Eischeune gesehen? Ich glaub, der alte Mann braucht ne Brille, oder so. Baby Poison Terror Bird. Das war das Beste, Alter. Christus Season 2. Ja, genau. Wir haben Poison Baby Terror Bird gefunden. Voll im Stamm. Ähm, Dodorex. Aber beim Eispalast verfolge ich gerade einen Poison Pipte. Hm. Versuch immer noch ne Wifern zu finden. Ich will ein Männchen haben, ich will Babys machen. Wir haben mittlerweile genug Stuff, um Klimaanlagen zu bauen. Aber der ist ein kleiner Kippen schneller weg. Wollt ihr dann hier die Base noch raiden, bevor er Pause ist, oder? Puh, ach, ordentlich beleidigt wie zu Hause. draw chapter 1. Das kann echt gut sein. Hehehe. Ich hab' Marino gefunden. Weiter rechts. Ehm, hier. Prime.., Ähm, Prime Aiva glaub ich. Ok, dann komm ich danach durch zu dir. Ja. Wo bist du Mats? Ich seh' dich nicht. Du siehst... auch manchmal. Da ist ein Gold Doman, den will ich jetzt haben. Ich glaub, gods brake. Schwarze Perlen, wir brauchen schwarze Perlen Mit den Mächtigen drauf Also Spiele habe ich jetzt keine drauf gesehen Die machen manchmal nicht so wenig Schaden, manchmal so viel Schaden Keine Ahnung Kräft den Fick du einfach nicht Total behindert mit dem Scheißen Vielleicht wenn du normale hitz 1.000 und krillst dann dann 8.000 und stoppt dann Vielleicht kann auch wenn der krill Ach schön Ich hab mit Wand gekrilltet Ja Ach Ben und irgendwas Da ist der Dean Da ist dieser Dean Der worauf keine Liste auftaucht Oder? Ne das war nicht Wir haben hier gerade wieder ein Team ausgemacht Die waren alle AFK in ihrer Base Oder lebten Oder whatever Waren wir gemein Nur diese AFK-Spiele füllen Sind Toleranz Das Ding setzt aus, du kannst rein Kann ich rein? Kann ich jetzt hier laufen? Ja, ich loote bitte Weitere zu Auwech Ben Schmarrer Und was haben sie denn hier schon mit drinnen? 18 Ja Oh Oh 15 Implantate Danke Plattat Und Meins, meins Mann, ist das jetzt Beam oder warum macht der keine Pause? 600 Gunpowder Nochmal 600 Gunpowder Ja Hier ist noch der andere Spieler, Dean, den haben wir aber schon Hier ist Palle Hier ist Palle Palle hatten wir aber auch glaube ich auch schon Ist egal, wir nehmen es mal mit Er hat doch 3000 Movementspeed, ey, ist doch scheiße Apprikator? Der hat ein Giga-Ei Ein normaler Standard Giga-Ei Unser Giga lebt auch noch, ne? Oder hast du dich mit? Ja, der lebt auch noch Hm Oh nein Ich wurde zugemüllt Ich wurde ganz böse zugemüllt Okay Wollen wir hierbleiben, oder? Ähm, du musst aufpassen, der Drache folgt Martin Echt jetzt? Martin hat er schon wieder auf Follow? Ich sag's bloß, nicht, dass du absteigst und der Drache dann losfliegt Ja Dann müssen wir uns gleich mal wieder treffen Martin, du musst aufhören, dass ich hier einmal auf Follow zu pfeifen Alter, Celestia Flakhem, 374 Amor Ja, wie auch schon, ne? Brauchst du, wie flackt das? Also die Base hat uns jetzt 22 Implantate verschert Müssen wir dann aussortieren, jetzt ist Pause Kann wir jetzt gleich zählen, oder? Ich wäre dafür, dass wir eine halbe Stunde vor Ende Achso, das müssen wir mal eine halbe Stunde vor Ende anfangen zu zählen Ich würde auf jeden Fall vorher noch... Wieso jetzt die Pause? Eben, du kannst jetzt mal schnell zählen Ich bin mal ganz beraten Ich bin auch Half-K Ja, wie soll ich das zählen? Ja, wie soll ich das zählen? Crash die Hit Hier ist aber... Hier ist nirgends Scheiße, ich hab die echt gedroppt Du bist tot Du bist tot? Wo? Ja, bist du tot? Ich habe die Pakete einfach alle auf! Haaah Wie hast du die Hitze auf der Arten? Das war ja nicht bei mir passiert, Alter Mein Mist Du bist tot Du bist tot Du bist tot Du bist tot Aber Chris, was soll ich tun? Soll ich hungern, oder was? Willst du schicken? Wie soll ich das mit dir verkehrten? Du hast ein Loch im Magen, oder so? Ich habe auch welche Eins, oder so Ich habe auch welche Eins, oder so So, dann werden wir wieder runterspringen Gabel, du musst weiterspielen Wir brauchen dein Implantat, dass wir euer Team vollkriegen haben Matze, auf dich höre ich nicht Meins habt ihr ja schon, alles klar Was braucht denn noch Gabel? Aber ihr müsstet nur irgendwie nie ein paar Tribes kennen Hattet ihr eigentlich mit einem Implantat haben? Das machen wir die ganze Zeit Ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile schon dabei war Alois schreibt mir gerade Habt gerade gehört, dass Leon und Sassoon genug Implantate haben Was? Ey Sassoon spielt ja nicht mal Na, der hat Schwab auf jeden Fall Glaub nicht Glaub ich auch nicht Glaub auch nicht, ne Leon war Feind ja vorhin und nur sagten Ey, die Kontate wären ihm scheißegal Wenn, dann würde ich mich freuen, wenn es jetzt Ben Fehlt mal kurz, dass unser Beiß Ach da Wo ist dein Fabi eigentlich? Von runter vom KS auf einmal, ohne was zu sagen Und dann nicht mehr wiedergekommen Und dann kam die Killmeldung Und dann kam die Killmeldung Und dann kam die Killmeldung auf einmal zu ver, dann kam die Killmeldung